Was geht ab, meine Siegfighter? Ose dir hier. Und heute mit einer kleinen Ergänzung zum gestrigen Thema, zu dem ganzen Event von Mr. Satan, zum Punching-Event. Und da kamen da ein bisschen vermehrt Fragen auf, die werden wir heute erklären. Vor allem kam die Frage vermehrt auf, was ist denn New Kim? Der Frage werden wir uns heute auf jeden Fall stellen. Bevor wir damit anfangen, Freude im gestrigen Video, muss eine kleine wichtige Ergänzung machen. Ich habe das schon überall gepostet, aber das müsst ihr auf jeden Fall wissen, denn ich habe da quasi vorgestellt, dass man das mit einem AOE-Damage-Stieler, habe ich mir ausgedacht, dass man da quasi den meisten Schaden rausholen kann, weil man jeden Charakter auf einmal angreift. Was ich aber nicht bedacht hatte, war folgendes, Freunde, ich habe es euch auch zu wissen lassen, beziehungsweise ein User, nämlich Erscheine-Bronze, die ihm dank für den Hinweis, hat mich darauf hingewiesen. Und zwar wird nur quasi der höchste Damage eines einzelnen Eingriffs gezählt auf eine Maschine. Was heißt das? Das heißt, wenn wir mit einem AOE-Damage-Stieler, AOE heißt, dass ein Charakter, der jeden trifft, wenn wir zum Beispiel mit Broly jede Maschine treffen, dann wird aber nur der höchste Schaden an einer Maschine durch einen Angriff gezählt und dementsprechend ist logischerweise die Variante mit den Newcon, mit Elegoan zum Beispiel, weitaus besser, weil die dann an einem Ziel gezielt viel Schaden machen. Und wie gesagt, nochmal danke an Erscheine-Bronze für den Hinweis. Ich selbst hatte das Video gestern morgens gedreht und ich habe mir die Informationen zu dem ganzen Event hier zusammengesammelt, aber habe das wirklich übersehen beziehungsweise habe ich nicht daran gedacht, dass da ein einzelnes Team sein muss, nur laut aus den Informationen, die ich da hatte, aus dem gestrigen Tag, eben da habe ich mir das überlegt mit den AOE-Damage-Stielen. Diese Taktik, aber habe euch auch ganz zum Glück in dem Video das mit Elegoan gezeigt mit dem Nuke-Taktik und dementsprechend macht alle diese Taktik mit einem Nuker, wie beispielsweise Elegoan. Aber jetzt zu der Frage, was ist denn eigentlich Nuken, Osaru? Nuken, Freunde, ist ganz einfach eigentlich. Und zwar, wenn man nuket, sorgt man dazu, beziehungsweise dafür, dass in dem ganzen Feld in Dokkan-Battle ein Typus von einem Orb ist. Nehmen wir mal einfach mal Int-Orbs. Damit ein Charakter, der ein Nuker ist, kommen gleich darauf zurück, diese ganzen Orbs einsammeln kann und so viel Schaden wie möglich macht. In unserem Beispiel, wenn wir dafür sorgen, dass unser Feld nur aus Int-Orbs besteht, sei es durch Orb-Changer oder durch Items, sobald wir bei diesem Event hier keine Items nutzen dürfen. Dann wollen wir mit einem Charakter wie Elegoan, dass er alle einsammelt. Denn Elegoan bekommt pro Orb, den er einsammelt, 18% auf seinen Angriff. Und das ist Nuken und Charaktiere, die solch eine Passive haben, die pro Orb, sei es jede Orb, oder pro ein Typus, solche pro Int-Orb, pro Tag-Orb, Track-Orb und so weiter und so fort, auf ihren Angriff einen Boost bekommen. Das sind Nuker. Und deswegen will man dafür sorgen, dass eben das ganze Feld voll mit Keys sind und ein Nuker diese einsammelt, die Key, die er braucht, damit er sehr viel Schaden macht. Und dazu gibt es quasi drei Steps, auf die man achtet. Wie gesagt, eigentlich noch ein Step davor mit Items, weil normalerweise sorgt man mit Items dafür, dass das Feld aus einer Farbe eines Typus oder aus einem Typus eines Orbs besteht. Aber, da wir keine Items in diesem Event nutzen dürfen, wie gesagt, lassen wir das mal beiseite. Wie gesagt, was ganz wichtig ist, ist zum einen erstmal, dass wir die richtigen Leader haben. Ich werde euch erstmal die Nuke Leader zeigen, die es gibt, für jeden Typus mindestens einen und vielleicht gibt es für den einen oder anderen Typus noch einen mehr. Falls ihr einen wisst, lasst euch in den Kommentaren das auf jeden Fall gegenseitig wissen, beziehungsweise auch mir wissen. Für AGL-Charaktiere ist das dieser nicht Angel, sondern dieser Golden Freezer, denn er gibt AGL-Charaktieren für jeden AGL-Orb, den sie einsammeln, 33% auf den Angriff und logischerweise nehmen wir dann immer zwei, unseren eigenen und unseren Friend. Das ist der für AGL. Für Tech ist das dieser Goku Blue, der gibt für Tech-Charaktiere, wenn sie Tech-Orbs einsammeln, pro Tech-Orb, den sie einsammeln, 33% auf den Angriff. Das sind alles Summonable-Charaktiere. Int gibt es einmal Baby-Vegeta, der gibt den Int-Charaktieren, das haben wir gestern im Video gesehen, aber es gibt auch diesen Int-Birus, der hat genau denselben Leader-Skill. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr Int-Birus habt, dann nehmt Int-Birus und setzt ihn auch als euren Friend-Supporter. Warum? Denn Baby-Vegeta, der hat leider eine Chance, sich in einen Great-Ape zu transformieren und wenn er das tut, dann ist euer ganz, euer ganzer Versuch, der ist vermasselt. Dann bringt euch das nichts mehr. Deswegen, wenn ihr Int-Birus habt, nutzt Int-Birus. By the way, es kam auch häufig eine Frage auf, wie lang ist denn das Event online, Osaru? Das soll eigentlich jetzt immer online sein, es gibt kein Ablaufdatum eigentlich, also ihr könnt da ruhig besorgt sein. Das Event tut sich in unserer Zeit jeden Tag um 17 Uhr resetten, heißt ab 17 Uhr könnt ihr immer wieder eure Versuche pro Stage, zwei Versuche sind das, versuchen und euch da quasi an der Punch-Maschine versuchen. Andere Frage, kommt das Ganze auf Global? Ja, sollte es, denn wir wissen ja, normalerweise kommen solche Celebration immer erst auf der japanischen Version und nach circa vier bis fünf Monaten kommt das auf die globale Version. Aber Osaru, warum ist das nicht zeitgleich gekommen, wie die ganzen Celebration, die gerade online sind? Denn dieses Event, das mit den Punching-Maschinen, das ist nicht Teil der Celebration, deswegen kommt es zuerst zu JP und sollte aber auch früher oder später auf Global kommen. Alles klar, wir machen weiter. Fürs Strength-Charakter, haben wir auch gestern im Video gesehen, ist dieser Strength Great-Ape Goku GT. Er gibt Strength-Charakter in 33% pro Strength-Op, die sie einsammeln. Und zum Schluss haben wir für die physische Charaktere unseren Boy physisch Vegeta Blue. Okay, das wäre quasi Step 1. Erstmal richtig Glieder wählen, beziehungsweise außerhalb davon wegen Items, aber ihr wisst, wir dürfen keine Items nutzen. Das zweite wäre Orb-Changer, wir brauchen Orb-Changer, die quasi für die Orb sorgen. Eigentlich könnte man auch ja Items erwähnen, dazu gibt es gewisse Items, wie Orlong etc. Könnt ihr euch gerne mal abchecken, aber wir betrachten, wie gesagt, wegen dem Grund des Events, der Beschränkung des Events und man darf auch kein Devilman benutzen, die Orb-Changer an sich. Das sind die Orb-Changer, Freunde, ich werde den Link auch in die Beschreibung setzen, könnt ihr mal gerne ansehen. Das sind die Charaktere, die Rainbow-Orbs in einen Typus umwandeln, zum Beispiel der Trunks, der Trunks, die Rainbow und AGL, dieser Goku, die Rainbow und Tech und so weiter und so fort. Könnt ihr euch, wie gesagt, gerne mal abchecken. Das sind die Items, wie gesagt, die ich genannt habe. Okay, cool, dass es hier auch auftritt, dann könnt ihr das hier auch abchecken, welches Item für was sorgt, aber wie gesagt, das ist erstmal für uns nicht relevant. Dann gibt es aber natürlich noch in AGL. Anyway, wichtig sind aber diese Charaktere hier. Der Dude ändert zum Beispiel Tech in Physisch, Kevlar in Physisch, Virus ändert Tech und in Physisch. Virus wäre wirklich ideal. Das Problem ist, meines Sitzens nach, gibt es, gibt es keinen richtig guten Physisch-Nuker, also der durch die Pats die Physisch-Orbs einsammelt und diese verwertet. Ich kann mich irren, falls ihr mich irre, lasst mich im Kommentaren wissen. Fascha haben wir und Majin Buu ändern Int in Strength, Majin, Argel und Goku auch ebenso, Argel in Strength, Trunks, Strength in Int, dieser Goku, Argel in Int, die zwei Charaktere, Strength in Tech und so und so fort. Ihr könnt euch gerne mal die Liste hier abchecken, Freunde, welche Charaktere was machen und ansonsten haben wir noch Charaktere, die ein Element in den Rainbow Orb ändern, die könnt ihr euch auch gerne hier an der Stelle abchecken. Das wären die Orb-Changer beziehungsweise die Items, die wir uns anbetracht haben, also quasi Schritt 2 für die Vorbereitung für das Punching-Event. Der allerletzte Schritt ist das quasi, wir haben den Leader-Skill gesetzt, wir haben die Orb-Changer gesetzt in dem Team und wir brauchen jetzt Charaktere, die das verwerten und da ist zum Beispiel natürlich dann die beste Wahl, wenn ihr das machen könnt in einem Int-Team in diesem End mit LR Gohan. Denn LR Gohan ist ein LR-Charakter, er bekommt für jeden Key, den er einsammelt, 18% aus seinem Angriff und zusätzlich Key plus 1, heißt ihr kommt eigentlich mit dem, wenn das Feld gut gedeckt ist mit Orbs auf seine Ultra-Super-Attack, die macht mega kosten-Damage und der sollte wirklich in der Lage sein, sehr viel Damage zu machen, weil er bekommt den dann pro Int-Orb, er muss da selbst jeden Orb einsammeln, aber ihr sorgt natürlich in einem Int-Team, beziehungsweise mit dem Int-Nuke-Leader für Int-Orbs, bekommt er dann pro Int-Orbs 66% zusätzlich auf seinen Angriff, die er schon so und so bekommt pro Orb, 18% und das ist dann eben die Taktik, dass wir quasi mit LR Gohan so viel Schaden wie möglich an der Tag-Maschine machen, wie wir das gestern im Video gesehen haben. Also LR Gohan wäre auf jeden Fall ein guter Nuker, der nächste, der mir so spontan einfällt, wäre zum Beispiel der EZA-Tag-Sail, kommt an Gohan natürlich nicht ran hier an der Stelle, aber 15% auf den EZA-Charakter ist auf jeden Fall auch solide und eventuell kann man da was rausholen. Es gibt auch viele andere Charaktere, die zum Beispiel 20% bekommen pro Orb, den sie einsammeln, zum Beispiel Baseform-Vegeta oder Baseform-Goku, aber die haben nur Supreme-Damage und kein Immense-Damage, vor allem wissen wir, LR Gohan hat mega-Colossal-Damage und er ist eine angefeierende Runde, also LR Gohan wäre der beste Charakter, um das Ganze hier in den Punching-Event zu probieren. Alles klar! Und Freunde, meine Mannschaft ist, dass man auf die 70 Millionen kommt, 70,7 Millionen, damit man alle Dragonstones holt, aber das habe ich auch gestern leider testen dürfen und dann auch im Stream auch so, habt ihr das gesehen, die dabei waren, vielen Dank nochmal. Es hängt wirklich sehr, sehr viel vom Zufall ab, also da muss schon sehr, sehr viel Stimmen, dass ihr quasi darauf kommt, dass das Feld mit vielen Intops gedeckt ist quasi und dann das Elegant, die alle einsammelt und da was raushaut. Deswegen ist das Daily Online und deswegen hat man da immer zwei Versuche. Hätte man vielleicht ein bisschen anders klären können, dass man seine Relation selbst wählen darf und so und so fort, aber das ist ja rein zufällig, deswegen braucht man auch sehr viel Glück, wie es nicht anders in Dokkan sein soll, oder? So ist das Ganze. Gucken wir zum Schluss noch ein Team an, um Elegoan, wie könnte das aussehen? Wie gesagt, ihr nehmt entweder selbst Baby Vegeta oder Intvirus als Leader. Intvirus würde ich euch besser empfehlen, denn Intvirus, der hat nicht die Chance, sich an Great Ape zu verwandeln. Wenn Baby Vegeta das tut, dann ist die Runde down. Ansonsten nehmen wir mal an, wir haben Intvirus als unseren eigenen Leader, Baby Vegeta als Friend. Ihr könnt natürlich auch Baby Baby nehmen oder Virus Virus. Elegoan ist derjenige, der die Orbs einsammeln soll. Future Trunks sorgt hier für Orbs, Change Strength in Int-Orbs, dieser Change C18, Rainbow in Int-Orbs und dieser Goku Change AGL in Int-Orbs und diesen Gohan habe ich noch mit, weil ideal wäre es zum Beispiel so eine Rotation, dass also geil wäre es zum Beispiel, wenn wir hier die zwei Nuker oder zwei Orb Changer hätten, einen der drei und Elegoan wäre auch in der Runde, nehmen wir mal an, so, dann würde er sehr viele Int-Orbs einsammeln. Wenn aber ein Nuker in der Rotation ist und dieser Gohan auch noch dabei ist, der gibt 40% auf den Angriff zu Elegoan, das würde auf jeden Fall auch sehr viel Schaden machen, Freunde, das könnte zum Beispiel ein Team sein. Lange Rede kurz sind, so viel zu dem ganzen Thema, was ist Nuken, Freunde, ich hoffe, ich könnte euch weiterhelfen und ich könnte euch quasi das korrigieren, wie man das Event wirklich angeht zu dem LR Satan Punch Event. Dementsprechend hoffe ich, das Ganze hat dir gefallen, wenn ja, gebt den ganzen einen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.